Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen und Ihnen das Mindset, das Mindset-Zentrum für Digitalität in Geistes- und Kulturwissenschaften ein wenig näher zu bringen. Wir sind jung, wir sind nass hinter den Ohren, wir sind in einer Findungsphase. Wir verstetigen uns aber zunehmend und deswegen ist es auch an der Zeit, mal vorzustellen, was die Gedanken hinter dem Mindset sind, wofür es gegründet wurde und wie es zurzeit arbeitet. Keine 25 Meter von hier vor im November 2015 leisteten die Direktoren, Präsidentin oder Direktorin Dingel, hinten rechts, und Präsidenten der Hochschulen gemeinsam eine Vereinbarung für die Gründung eines Zentrums, das auch gleichzeitig von dem Ministerium, das damalige Ministerium für Wissenschaft und Kultur mit einer E13-Stelle unterstützt wurde, die an der Hochschule Mainz angesiedelt wurde. Der Hintergrund für diese Gründung, es war eine Initiative, die hauptsächlich auch hier aus der Akademie hervorging, die aber von allen Beteiligten dankbar aufgenommen wurde. Denn ich kenne das Durchschnittsalter der Person nicht, das ist auch nicht so wichtig, aber sie haben einen Zeitgenossen und der quasi parallel seine Karriere gemacht hat, wie unsere Präsidentin und Direktorin Tim O'Reilly. Einer von vielen Köpfen, die die letzten Jahrzehnte massiv geprägt haben. Warum nenne ich ihn hier aus einer Reihe von Gründen, die uns in den Geistes- und Kulturwissenschaften erheblich beschäftigen? Er war der Erste, der ein Webportal ins Internet gestellt hat. Den Global Network Navigator, der Global Network Navigator war auch der erste Ort, wo eine anklickbare Werbeanzeige geschaltet werden konnte. Die Kommerzialisierung eines aus dem Wissenschaftsbetrieb heraus entwickelten Internets nahmen damit seinen Anfang. Er ist auch der Erste, der über seinen Verlag ein Buch im Netz publiziert hat. Für die Geistes- und Kulturwissenschaften damals wahrscheinlich hat das eigentlich niemand zur Kenntnis genommen. Inzwischen kennen wir die Auswirkungen, die mit diesem Trend losgegangen sind. Tim O'Reilly war beteiligt am ersten Open Source Summit. Bis dahin hieß sowas Freeware. Mal war ein bisschen Quellcode bekannt, mal gar keiner. Das war eine schöne Zeit. Man konnte sich was aus dem Netz holen. Das war Software. Man wusste nicht genau, wie sie funktioniert. Hat man sich reingefriemelt. Hier sind Menschen auf diesem Foto. Das ist diese Gruppe. Da ist der Entwickler von Python mit dabei, von PGP. Das waren zentrale Menschen, die sich dort versammelt hatten und diesen Begriff Open Source Software geprägt haben. Auch eine Entwicklung haben wir eben beim Johannes Daxenberger gehört, der sich umfassend Raum gegriffen hat. Denn Open Access Konzepte sind letztlich daraus abgeleitet. Tim O'Reilly hat auch dafür gesorgt, dass der Begriff Web 2.0 sich seinen Weg gebahnt hat, worauf Geschäftsmodelle abgeleitet wurden. Er selber hat dazu mal geschrieben, Data is the next Intel inside. Also der nächste Schritt der Kommerzialisierung. Daten als Grundlage, weg vom Applikationsdenken mit einem klar wirtschaftlichen Ausblick. Weiterhin treibende Kraft dahinter. SQL is the new HTML, war sein Motto. Das ist auch das eine Entwicklung, die uns in den Geistes- und Kulturwissenschaften enorm mitgenommen hat. Das Wichtigste bei Tim O'Reilly, das vergessen die meisten, hatten Bachelor in klassischen Altertumswissenschaften. Mit Auszeichnung sogar und hat sich mit Mystizismus und Logik bei Platon beschäftigt, ist dann auf den richtigen Weg abgekommen. Aber diese Verbindung zwischen geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungsperspektiven und einer Kommerzialisierung finden wir vor allen Dingen auch in solchen Begriffen. Und das ist eine treibende Kraft, noch immer solche Wörter. Aber wenn wir das mit geistes- kulturwissenschaftlichen Blick betrachten, sollten wir dringend auch sowas in Angriff oder mit ins Auge nehmen, dass wir auch Long Data haben, also sehr lange wachsende, bestehende Datenbestände, die eine große zeitliche Tiefe haben im Entstehungsprozess. Wenn jetzt Editionen von Nachschlagewerken des 19. Jahrhunderts angelegt werden, wird ja immer wieder festgestellt, dass da was eigentlich nicht stimmte und man muss damit umgehen, dass man mit digitaler Information zu tun hat, die im Prinzip 120 Jahre Wissensproduktion beherrscht. Wir haben Short Data, also sehr kleine Datensätze, die enorm wertvoll sind, weil nicht mehr Information zur Verfügung steht, bei seltenen Sprachen, wo die Corpora einfach nicht groß genug sind. Small Data wären dann welche, die eine sehr lange Kette bilden können, aber im Prinzip immer kleine Informationsschnipsel sind. Also diese Perspektive mitzudenken ist etwas, was geistes- und kulturwissenschaftliche Forschung unserer Meinung nach berücksichtigen sollte und damit sind wir letztlich dabei zu sagen, dem und abgeleitet von dem Data are the Intel inside, abgeleitet hat James Gouverneur schon 2008 gesagt, Applications are like fish and data is like wine. Also dieser Blick auf die Daten, die erzeugt werden, ist einer der vielen zentralen Punkte, glaube ich, die Tim O'Reilly, mit denen er letztlich Menschen und Institutionen oder wo er beigetragen hat, dass Menschen und Institutionen in den letzten Jahrzehnten letztlich überfordert wurden. Und wenn wir mal ganz ehrlich zu uns allen sind, wir sind mit dem Gesamtkomplex an Problemen jeder einzelne von uns überfordert. Es ist eine Zumutung, was man aber auch als Chance sehen kann. Und der Begriff im Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften ist da vielleicht erklärungsbedürftig. Er ist in Mode gekommen und Felix Stalder kommt aus einer kulturwissenschaftlichen Sicht und identifiziert die Kultur der Digitalität oder sieht darin ein Feld, in dem sich immer mehr Menschen auf immer mehr Feldern und mit Hilfe immer komplexerer Technologien an der Verhandlung von sozialer Bedeutung beteiligen müssen. Sie reagieren so auf die Herausforderungen einer chaotischen, überbordenden Informationssphäre und tragen zu deren weiteren Ausbreitung bei. Und die Gründung des Mindset ist letztlich begründet in einer letztlich überfordernden, überbordenden Informationssphäre. Die Herausforderungen an den Geistes- und Kulturwissenschaften sind so groß, dass die Institutionen gesagt haben, jeweils alleine schaffen wir es nicht, bzw. wenn wir es gemeinsam machen, können wir es auf jeden Fall besser machen. Jede der sechs Partnerinstitutionen hat auf ihre Weise die Kompetenzen, Arbeitsfelder aufgebaut, aufgebaut, je nach Rolle, Universität, Leibniz-Institut, Akademie. Und diese Institutionen arbeiten im Mindset zusammen. Das Mindset selber ist in dem Sinne keine Institution. Das sehen Sie daran, dass wir auch gar keine Kostenstelle haben. Also das Mindset stellt kein Personal ein. Jeder, der im Mindset dabei ist, ist eigentlich in einer der sechs Institutionen verankert. Und wir versuchen Wege zu finden, wie wir gemeinsam diesen Herausforderungen gerecht werden können. Insofern ist dieser Digitalitätsbegriff für uns auch zentral. Und im DFG-Projekt Digitalität in den Geisteswissenschaften eine Symposiumsreihe, die noch läuft, wird als eine der zentralen Fragen zusammenfassend formuliert, wie verändert Digitalität unsere Forschung. Und dieser Digitalitätsbegriff, der so ein bisschen monolithisch daherkommt, als Einwirkfaktor, der unveränderlich ist und auf die Forschung einwirkt, dem wollen wir eigentlich eine Idee entgegensetzen, dass Digitalität eine Art Maß ist, dass man Kultur- und geisteswissenschaftliche Forschung sehr gut machen kann mit einem kleinen Anteil an digitaler Methodik oder einer digitalen Ausrüstung. Manche Fragen sich aber eben aus dem geistes- und kulturwissenschaftlichen Bereich nur vernünftig beantworten lassen, wenn man wirklich die ganze Apparatur geistes- und digitaler Möglichkeiten ausschöpft. Also ein gesundes Maß finden, je nach Ausrichtung der Forschungsfrage. Entsprechend wurden die Aufgabenfelder formuliert von diesen Leitungen der Institutionen, eigene Forschung betreiben, ein eigenes Profil entwickeln. Dann ganz massiv Support wurde gewünscht. Wir müssen gucken, wie wir das eben organisiert kriegen zwischen den Institutionen, dass eben dieses Maß an Digitalität auch erreicht wird. Dritter Punkt Qualifizierung, Entwicklung von Studien- und Qualifizierungsangeboten, neben einem Studiengang, der damals vorgesehen war, zu dem ich gleich noch was sage, auch parallel dazu weitere Angebote, die das digitale Arbeiten leichter werden lassen. Was treiben wir im Bereich Forschung? In den Institutionen verankert, haben wir festgestellt, sind vor allen Dingen folgende Felder zurzeit. Viele von uns arbeiten mit Linked Open Data im Semantic-Web-Umfeld. Digitale Editionen spielen natürlich insbesondere in der Akademie und in dem Institut für Europäische Geschichte eine zentrale Rolle. Mit einem Schwerpunkt Geowissenschaften können wir aber auch das Feld Spatial Humanities sehr gut abdecken und arbeiten da von Mainz aus seit vielen Jahren im internationalen Kontext sehr erfolgreich mit. Was für zentrale Kompetenzen haben wir im Mindset verankert in den Personen? Wir legen viel Wert auf nachhaltige Softwareentwicklung, was hier mit der agilen Software oder Agile Software Development umschrieben werden soll. Wir legen viel Wert auf den Einbezug von Kommunikationsdesign in die Usability von Web-Angeboten. Wir möchten Daten in den Mittelpunkt stellen, deswegen Dienste, APIs und das Ganze auch über Web-Apps vernünftig zur Verfügung stellen. Der Support funktioniert im Moment so, das sind enge Abstimmungen mit den Forschungskoordinationsstellen der Partnerinstitutionen und das ist die Grundidee, das ist in den unterschiedlichen Partnerorganisationen noch unterschiedlich organisiert, aber dass wir in Absprache damit unterstützen bei Antragstellungen möglichst von Anfang an, das ist vielleicht auch eine Botschaft, die wir festgestellt haben, am Ende einer Antragstellung aufs Mindset zuzukommen und zu sagen, wir brauchen da noch eine digitale Komponente, ist also verschenkt Potenzial. Wenn Sie den Eindruck bekommen, dass Ihr Forschungsvorhaben eine digitale Komponente haben sollte, gehen Sie frühzeitig in Ihre Institution auf die entsprechenden Leute zu. Das Ganze im Digitalen zu denken, hilft manchmal auch klarer strukturiert, die Fragen herauszuarbeiten. Wir tragen bei mit Antragstexten, wir initiieren aber auch Konsortien. Dabei kommt es auch vor, dass zwei Menschen aus ursprünglich angesprochen wurden im Mindset und gesagt haben, okay, lass uns mal gucken und dass am Ende der Forschungsantrag gestellt wird, ohne dass diese Namen auftauchen. Also, dass wir wir vermitteln und Kontakte zur Verfügung stellen. Das Ganze verbunden mit Kompetenzaufbau, das geht in Richtung Qualifizierung und für alle Institutionen entscheidend und auch meiner Meinung nach nur wirklich gemeinschaftlich gut zu leisten, ist das Feld Forschungsdatenmanagement hier in Mainz koordiniert auf die Beine zu stellen. Qualifikation, das war uns ganz wichtig, haben wir ins Zentrum gestellt des ersten Jahres. Wir haben den Masterstudiengang Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften als hochschulübergreifenden Studiengang der Hochschule und der Johannes Gutenberg-Universität. Hier ist ein Blick aufs Curriculum. Was die Punkte sind, sind Veranstaltungen, die von den Gruppen, die zugelassen werden können, unterschiedlich besucht werden können. Der Studiengang ist offen für Absolventen einer Informatik oder einer Geistes- und Kulturwissenschaft. Sie kriegen Angleichungsmodule und hier in diesen zweisemestrigen Modulen werden dann eben die Möglichkeit geboten, sich auf eine bestimmte digitale Methodik zu spezialisieren oder die Breite an digitaler Methodik kennenzulernen. In der Profilbildung besteht die Chance, sein altes Fach weiter zu studieren, sowohl in der Informatik als auch in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Das sind die ersten zwei Semester. Im dritten Semester dann ein Praxismodul und eine Blogveranstaltung zu den Web-Anwendungen. Die erste Kohorte ist unterwegs. Ich weiß gar nicht, wer froher ist. Die Dozentinnen und Dozenten oder die Studierenden, ich glaube, dass wir alle sagen, das ist gut aufgegangen. Wir erwarten die nächsten Studierenden jetzt zum Oktober im Rahmen der Indian Summer School, im Blog-Seminar, was hier im Oktober in der Akademie dann stattfindet. Wichtig ist, an diesem Studiengang sind die Partnerinstitutionen fast alle beteiligt. Ja, es gibt sehr viel Lehrangebot aus der Praxis heraus, aus den Institutionen und nicht nur von den Lehrstühlen an den Universitäten und Hochschulen. Ein Begriff, der in der Vereinbarung nicht auftauchte, den wir aber zunehmend entdeckt haben, dass ganz viel, was wir machen, damit reinpasst, ist Transfer. Also diese Mitarbeit an Mainzer Lösung für Forschungsdatenmanagement ist so ein Fall, wo der Anwendungsblickwinkel aus allen möglichen Bereichen in diese Diskussionen mit eingehen kann. Wir haben festgestellt, dass es sinnvoll ist, gemeinsam Softwarebibliotheken zu entwickeln oder auch an Entwicklertools zu arbeiten. Wir wollen weitere Mainzer Einrichtungen in unsere technische und soziale Infrastruktur integrieren, also Archive, Museen und haben festgestellt, dass das Mindset auch geeignet ist, thematische Impulse zu setzen, hier in die Region zu bringen und vor allen Dingen auch einen Prozess der bidirektionalen Identifikation von Potenzialen in Gang zu setzen. Also dass wir wirklich mit Gruppen, die dem Digitalen noch nicht so nahe sind, anbieten können, dass wir gemeinsam gucken können, wie wir im Bereich der Digitalität weiterkommen. Das Mindset-Netzwerk ist ein offenes Netzwerk. Es gibt ein Direktorium, das ist aber im Prinzip verschwinden, die haben halt viel zu tun, aber halten sich ansonsten zurück. Es gibt wenig zu steuern. Das Mindset lebt von dem, was Menschen im Mindset machen. Zurzeit sind es etwa 27 Mitglieder. Das ist ein Mitgliedsstatus, der sich durch Aktivität ergibt. Denn man kriegt keine Urkunde, man kann Kontakt aufnehmen und sich engagieren und man wird reichlich Platz finden. Und wir verstehen das durchaus so, dass vom ersten Semester wissenschaftliche oder studentische Hilfskraft bis hoch in die Professuren dort ein Netzwerk entsteht und wir das möglichst breit da verankern wollen. Was haben wir konkret gemacht? Kurz, eigentlich keine wirklich spezifischen Dinge. Dieses Problem sehen wir häufig. Absolute in the middle of nowhere, also an der Ostküste Kretas, aber ein Digitalmuseum. Ja, also tatsächlich gibt es offenbar in Cato Zagros ein Museum, wo oben drüber steht, Digital Museum. Was sich da dahinter verbirgt, kann ich nicht sagen, aber es deutet auf ein Phänomen hin, ja, das international auch aus Australien stammend Open Glam-Bewegung genannt wird. Dort sind wir mit dem Mindset reingegangen und Glam steht für Galleries, Libraries, Archives, Museums, haben aber auch gesagt, die haben ja alle zunehmend Forschungsaufträge, beziehungsweise es wäre eigentlich sehr interessant, auch über die digitale Brücke in die, mit diesen Partnern zusammenzuarbeiten, nämlich über Forschung und Forschung ist ja nun mal an Hochschulen verankert und deswegen wäre unser Begriff Glamour, ja, also Galleries, Libraries, Museums, Open University Research und so finden wir vielleicht zukünftig zusammen. Was haben wir gemacht? Wir machen jährliche Veranstaltungen, wo wir solche Themenimpulse setzen wollen, immer Ende Januar, Mindset 2016 war es eine Art Standortbestimmung und Mindset 2017 bereit zu teilen mit genau diesem Fokus auf Glam und gibt es eigentlich, was hindert eigentlich daran, Informationen miteinander, untereinander zu teilen. Daraus ist letztlich eine Podiumsdiskussion auf der Republika erwachsen und das ist eine Verantwortung, die wir sehen, auch als Mindset, dass wir uns in diese öffentlichen Diskurse einmischen müssen. Die Geistes- und Kulturwissenschaften haben da was beizutragen und dem versucht Mindset zum Beispiel auf diese Weise gerecht zu werden. Was treiben wir sonst? Eine Sache, die quasi entstanden ist aus einem Projekt. Wie kriege ich Texte ins Web der heutigen Zeit? Markdown werden viele von Ihnen schon gesehen haben. Das Markdown kann aber nicht all das, was wir gerne möchten. Zum Beispiel eine umfassende Erläuterung und dafür haben wir halt eine kleine Web-App, wo wir solche, was wir als umfangreiche Fußnotentexte in den Geisteswissenschaften nennen würden, dann einbauen und das dann automatisch übersetzt wird in eine responsive Web-App. Wer das live ausprobieren möchte, gucke sich einfach unseren Jahresbericht an. Der Jahresbericht ist komplett in Markdown geschrieben mit diesem Tool, mit der Maus, so nennen wir es, und kann kooperativ editiert werden, verbessert werden und hat sehr viele Möglichkeiten für das Digital Publishing, was über das Markdown hinausgeht. Ein weiterer Punkt, wo ich jetzt keine Beispiele nenne, aber diesen Facebook-Post, der ist original, den habe ich mir nicht ausgedacht. Hello everyone, how to make a semantic web, please give me any idea. Das ist letztlich eine Frage, der wir uns im Mindset auch sehr widmen. Da haben wir einige Projekte. Ich meine, es ist auch auf einem der Poster das Labeling-System dabei, was so eines dieser zentralen Sachen ist. Da verweise ich dann drauf und habe das hier rausgeschmissen. Bleibt mir, um die Zeit einigermaßen einzuhalten, die Aufforderung. Das Mindset ist eine Art Zweckgemeinschaft von Enthusiasten. Wir wurden auf den Weg geschickt, die Institutionen bei dem Weg in die digitale Welt zu unterstützen. Wir versuchen, diese Prozesse so transparent und für alle nachvollziehbar wie möglich aufzusetzen. Wir versuchen zu helfen, wo wir können. Das funktioniert immer am besten, je mehr Leute sich mit ins Mindset begeben. Das Mindset wird mit jeder Person, die sich interessiert, besser, kompetenter und kann seinen Weg weitergehen. Wir haben einiges vor. Wir haben in dem letzten Jahr auch die ersten Bewilligungen von Anträgen, die wir unterstützt haben oder wo wir bei der Konsortienbildung mitgewirkt haben, sind durchgekommen. Es ist da dann immer schwer zu sagen, so und so hoch sind die Drittmittel, weil in den Projekten ist das Mindset unterschiedlich verankert. Manchmal mit echten Arbeitspaketen, manchmal in Form eines Beirats und einer unterstützenden Organisation. Unsere Erfahrung ist, dass diejenigen, die auf uns zugekommen sind, bisher immer profitiert haben und sich eigentlich noch niemand vor Schrecken abgewendet hat. Insofern die Einladung, das Netzwerk kennenzulernen, das tut man am besten, indem man uns folgt. Es gibt auch einen Newsflash. Über Twitter sind wir eigentlich immer aktuell mit dem, was wir so treiben. Ich verweise gerne im Zusammenhang auf das Mindset an Anne Klampt, die draußen Poster aufhängt, sehe ich. Genau. Oder an der Johannes-Gutenberg-Universität haben wir jetzt über die Förderung aus dem RMU-Verbund Peter Niedermüller, den Sie ja schon kennengelernt haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, hoffe, ich habe viele Fragen aufgeworfen, denn die würde ich gern mit Ihnen besprechen im Laufe des Tages und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß. Dankeschön. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020